Im letzten Mai haben die Deutschen mit dem Bau eines Bunkers begonnen, und zwar hier. An was auch immer die gearbeitet haben, es ist noch da. Die kämpfen seit Monaten an der Front. Und das fordert seinen Tribut. Das sind deutsche Hülsen. Wieso bringen die ihre eigenen Leute um? Und in der Zwischenzeit werden wir hier mit unserer äußerst wichtigen Mission fortfahren. Dieses Lager wurde versiedelt, und zwar aus gutem Grund. Dieser Tunnel wurde nur zu einem Zweck gebaut, um Menschen gefangen zu halten. Nicht die Tür öffnen, auf keinen Fall! Wenn wir die Tür öffnen, sterben wir. Nein, nein, nein! Gibt's vielleicht irgendwas, was Sie mir sagen wollen? Wir sind nicht alleine hier unten. Das hier ist kein natürliches Phänomen. Diese Krankheit wurde erschaffen. Zuerst im Fieber haben wir zunehmend Gewalttätiger, um ihn zu retten. Möller! Müssen Sie ihm erst einmal Gewalt zufügen. Eine Gewalt, für die Sie studiert haben. Was Sie hier tun, hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Das ist pervers. Vielleicht verdienen wir nach unseren Verbrechen, dass wir alle ausgelascht werden. Aber nicht heute. Das! Das! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020